Herzlich willkommen am Gymnasium Köfler. Ihr erwartet euch ein umfangreiches Angebot für alle eure Interessen. Wir fördern eure Talente und Begabungen und garantieren eine tolle Ausbildung. Aber am besten ihr schaut euch die Schule selbst an. Alex und Hanna werden euch durchs Schulhaus führen und euch auch Einblicke in den Unterricht geben. Sie zeigen euch auch, was es sonst noch alles am Gymnasium gibt. Viel Spaß und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. Das ist Hanna. Und das ist Alex. Dann kommt mal mit. Um 7.55 Uhr beginnt für ca. 1000 Schülerinnen und Schüler die erste Stunde. In unserem Schulhaus haben wir acht verschiedene Jahrgänge. Von Schulanfängen bis hin zu Maturanten. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind täglich darum bemüht, alle unsere Talente zu fördern. Es herrscht ein angenehmes Lernklima, weil man sich immer unterstützt fühlt. Bei uns an der Schule ist niemand allein. Während der Pausen geht es in der Aula natürlich besonders lebhaft zu, da sich alle eine köstliche Jause vom Buffet holen wollen. In den künstlerischen Fächern bildnerische Erziehung und Werken kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. In der Unterstufe werden Fächer wie Deutsch und Mathematik auch mit Informatik verbunden und man lernt mit Computern umzugehen. In unserer Schule gibt es drei sehr gut ausgestattete Informatiksäle und auch das Wahlfach Robotik. Natürlich findet sich in unserer Schule auch etwas für Musik, Tanz und Theater Begeisterte. Chorgesang, Orchestermusik, Tanz und Theater Projekte fördern die Kreativität von allen und sind auch wichtig für unsere Gemeinschaft. An unserer Schule kann man auch verschiedene Fremdsprachen erlernen. Neben dem Pflichtfach Englisch hat man in der Unterstufe die Wahl zwischen Französisch oder Italienisch. In der Oberstufe kann man dann sein Sprachwissen mit Spanisch oder Latein erweitern. Ebenso ist natürlich eine Vertiefung in den naturwissenschaftlichen Fächern möglich. Hierbei verbringt man viel Zeit in dem modern ausgestatteten Laborsehen und man darf sich auf spannende Experimente freuen. Unsere Schule bietet auch Betreuung am Nachmittag an, was bedeutet, dass wir gemeinsam essen, spielen und lernen. Auch die wunderschöne Bibliothek steht uns Schülerinnen und Schülern jeden Tag zur Verfügung, wo es etwa 13.000 Bücher und Zeitschriften gibt. Wir können dort nicht nur ruhige Lernzeiten verbringen, sondern einfach in unseren Lieblingsbüchern versinken. Ein weiteres Highlight sind die drei großen Turnsäle und der eigene Fitnessraum. Sportlerinnen und Sportler kommen bei uns keinesfalls zu kurz. Und nicht zu vergessen die große Outdoor-Sportanlage mit Beachvolleyballplatz. Ein weiterer Lieblingsplatz aller Schülerinnen und Schüler. Der Wald liegt direkt vor der Tür. Dadurch haben wir vor allem im Turnunterricht die Möglichkeit, uns in den anliegenden Wiesen und Wäldern auszutoben. Unsere Sportlehrerinnen und Sportlehrer helfen uns dabei, unsere sportlichen Ziele zu erreichen und das Beste aus uns rauszuholen. Natürlich werden an unserer Schule auch viele verschiedene Mannschaftssportarten angeboten, in denen wir lernen, Teamwork makes the dream work. Unsere Welt dreht sich schnell und verändert sich in jeder Sekunde. Wir stehen vor einem endlosen Feld an Entfaltungsmöglichkeiten, interessanten Erlebnissen und spannenden Herausforderungen. Aber nicht allein. Unsere Lehrerinnen und Lehrer starten mit uns in dieses Abenteuer. Wir wollen lernen, die Welt zu verstehen und die richtigen Fragen zu stellen. Wir wollen nicht nur träumen, sondern die Träume leben. Deine Zukunft startet hier. Gnasium Köflach. Dein Weg in eine Welt voller Möglichkeiten. Gnasium Klicks. Dein Weg in eine Welt zu verlnun. Wir wollen die Flasch und hoffen das Schro vermeiden. Geh es aus einem sehr gut. Geh es aus dem Weg zu sehen. Geh es aus dem Weg zu halten.